Hey meine sexy Gamer, hier ist euer PhilLivell und heute machen wir ein neues Spiel und zwar The Stanley Parable. Aus gegebenen Anlass, momentan zu nehmen die British Gaming Awards und dadurch gab es das Spiel ein bisschen billiger. Für diejenigen, die The Stanley Parable noch nicht kennen sollten, was relativ wahrscheinlich ist. Es ist ein Spiel, in dem es ein bisschen um Mindfuck geht. Es ist nicht linear, es gibt viele Möglichkeiten abzuweichen. Kurz gesagt, es ist einfach nur witzig. Ich muss leider zugeben, dass ich verwirrt bin, dass sich auch die Maus auf dem Monitor dort bewegt. Dass ich nicht auf deutsche Untertitel stellen kann, seltsamerweise geht das bei dem Spiel hier nicht, deswegen habe ich wenigstens die englischen Untertitel eingestellt, damit man nachlesen kann. Auf jeden Fall ist es witzig, insofern man Englisch versteht. Aber ihr wisst ja, ich habe öfter solche Spiele. Das ist die Geschichte von einem Mann namens Stanley. Stanley arbeitete für eine Firma in einem großen Gebäude, wo er im Job 427 war. Im Job 427 war der Job 427 war einfach. Er satte an seiner Tasche in 427 und und er spielte die Knöpfe an der Tasche. Erger kamen zu ihm durch einen Monitor auf seiner Tasche, erzählte ihm, welche Knöpfe zu spüren, wie lange sie zu spüren, und in welcher Ordnung. Das ist das, was den Job 427 macht, jeden Tag, jeden Monat, jeden Jahr. Und obwohl andere vielleicht haben ihn so gewinnig gemacht, Stanley verletzte jeden Moment, dass die Erger kamen. Das ist traurig. Kann ich mir nicht vorstellen. kenne ein Gespräch, oder sogar Hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Eine super Geschichte. Der hat kein Leben. Also, es wird jetzt so ablaufen. Es gibt mehrere Geschichtsstrenge. Wir werden zuerst den allgemeinen Geschichtsstrang nehmen. Das heißt, dass die Story ganz normal durchleben. Und dann verschiedene Wege beginnen. All diese Co-Workers sind weg. Was könnte es sein? Stanley hat entschieden, zu gehen in die Gespräche. Vielleicht hätte er einfach eine Memo gewonnen. Nichts egal, wie hart Stanley sah, konnte er nicht einen Trace von seinen Co-Workern finden. Die Kamera den Monitor anlassen. Das ist Stromverschwendung. Oh egal. Das sind ein paar schöne Berge. Hier ist auch keiner. Wieder den Monitor angelassen. Ich finde es irgendwie zu geil, die Monitore jetzt so auszumachen. Aus. Komm ich vielleicht hier auch durch? Nee, die Tür ist zu. Okay. Ich mag auch keine Montage. Ich mag auch keine Montage. Wenn Stanley zu einem Set von zwei örtlichen Türen kam, hat er die Türen auf seiner Seite. Gut. Jetzt war schon die erste Entscheidung. Äh, ich gehe auch links. Ich habe gesagt, ich halte mich an die Geschichte. Keine Türen geht auf. Das ist natürlich Mist. Ja. Es war nicht nur eine Person hier. EITHER. Ich fühle mich eine Waffe von disbelief. Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Hm. Was sagen wir hier? Using Slides to assure employees that everything is okay. Make sure your slide has a slick blue graphic in the header and throw some devil on all the text. This will ensure a calm... Okay. Everyone is unique. You most of all. Haha. Nicht grad nett. Was haben wir hier so? Ähm. Push for founding for R plus D of new coffee machine. Standardize graphics. Get Chris out of the broom closet. Synergize papers. Hire someone to synergize papers. Synergize papers. Papers are to synergize. Synergize. Fire paper. Hire somebody to fire the papers. Synergize. Geil. Okay. Ähm. Okay. Ja. Das ist der broom closet. Go ahead. Stanley stepped into the broom closet. But there was nothing here. So he turned around and got back on track. Manchmal muss man an gewissen Orten auch ein bisschen sich Zeit lassen. Dann entwickelt sich noch ein bisschen was. Hm. There was nothing here. No choice to make. No path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Doch. Der ist cool. Der gefällt mir. Ich meine voll. Ihr geht voll die Action ab. Ich meine guck mal. Wir haben. Wissen. Angewaltig. Was haben wir für etwas mit. War es Granat. Als es ist. Er steht einfach da. Weil es die Streckelpewand verursacht. Das ist. Merk. Oder Luise. Der ist mit der Schrappband und Rohrzangen. Ja. Richtig. Weil es cool ist. Ich habe es gerade gemacht. Der Erzähler reagiert halt auch auf das, was ihr macht. Das ist das Cool an dem Spiel. Warum? Ich habe gerade das Achieve hingekriegt, weil ich die Leertaste gedrückt habe. Ja! Das wäre geil. Okay, es reicht. Es reicht, da hast du ja recht. Da hast du ja recht. Gut, das machen wir auch mal. Okay. Schade, ich wollte gerne das Wartezimmer benutzen. Das ist das Büro meines Boss. PC ist aus, gut. Ich bin begeistert. Ah. Okay. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Gut, unravelled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret pin number 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Das ist dumm, ey. Warte, 2845, ne? Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Ja, durch dumm Zufall. Durch dumm Zufall haben wir natürlich den richtigen Code eingegeben. Wir sind Genies. Indem ich so viel Bioshock in Windows gespielt habe, schaue ich jetzt in jeder Ecke, ob das ist. Hey, komm. Das ist dein Problem. Du kannst sagen, da kam David Bel Kong Jeans. Da kamen. Ich bin ganz klar, da kamen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Stanley selbst erinnerlicht, dass er etwas überrascht oder Es war ein Fisch, ein Fisch, Einfisch in seinem Kopf, wie er handelt. Beide er sich einfach mehr frei zu denken um sich zu und zu sparen. Er strukturiert die Natur der Stuhleter, Warum hat er das jetzt gefühlt, wenn es seit Jahren nicht zu ihm passiert hat? Diese Frage sollte nicht unantwortlich für lange gehen. Stanley geht direkt vor der großen Tür, die mit Mind-Control-Facility gelangt. Das ist ein Scheiter. Die Lichter rief auf einem enormen Raum, verpackt mit TV-Screen. Welches schrecklichen Geheimnis hat dieser Ort? Stanley hat sich gedacht. Hat er die Kraft, um herauszufinden? Okay. Ich lasse hauptsächlich die Geschichte erzählen, weil, äh, oder den Erzähler erzählen. Ich kann nicht so viel sagen. Das ist natürlich krass, ne? Hier werden alle überwacht. Hm. Aufzug. Äh, ich glaube langsam, ja. Ja. Ich meine nein, sagt er, sie ist nicht. Niemand kontrolliert mein Leben. Äh. Weiß ich nicht. Aber hier war die Proof. Der Herz der Operation. Kontrollen gelangt mit Emotionen. Happy. Oder Sad. Oder Content. Walking. Eating. Working. All of it monitored and commanded from this very place. Und als die colde Realität der Vergangenheit begann zu sinken, Stanley decided, dass diese Maschinerie never again exerted its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Das ist schon ein bisschen krass. Hier wird alles kontrolliert. Mein Control, äh, Control Status offline. Schade, passiert nichts. Ich finde es interessant, äh. Guck mal, da ist ein großer Knopf. Mit der 5. Ah. Passiert irgendwas, wenn ich den aufdrücke? Schade. Ich dachte, es passiert vielleicht was. Mein Control, äh, erwähnt der Input. Steht unten. Control, äh, ich kann es nicht lesen. Verdammt. Und wenn es zuletzt gefunden hat, er sah, es war seine Aufgabe, seine Obligation, ein Ende zu diesem schrecklichen Ort, und zu alles, was es für stand. Äh. Ja, ich halte es aus. War das ein Fehler? Ich habe das Gefühl, das war ein Fehler. Oder? Oder? Hallo! Na ja! Immer da? Oh, ich gehe gerade Gänsehaut. Ja! Er hat gewonnen. Er hat die Maschine gewonnen. Er hat sich von jemandem zufrieden. Die Freiheit war nur wenige Momente weg. Aber noch. Auch als die immense Tür öffnete, Stanley reflektierte, auf wie viele Puzzle, die noch nicht verabschieden sind. Wo waren seine Co-Werkers? Wie waren seine Co-Werkers? Wie war er sich von der Maschine zufrieden? Wie war er sich von der Maschine zufrieden? Was andere Mysterien hat dieses wunderschöne Gebäude erhalten? Aber als die Sonne stimmte in die Chambre, er wusste, dass er nichts von ihm interessiert hat. Denn es war nicht das Wissen, oder sogar das Wissen, das er war, aber das Glück. Ja. Stanley ist frei. Stanley ist frei. Zwei Wissen, der Wissen auf seinem Haut. Der Gefühl der Freiheit. Die große Möglichkeit der neue Weg bevor er. Das war genau die Weg, gerade jetzt, dass Dinge zu passieren waren. Und Stanley war glücklich. Das war ein Ende des Spiels. Naaaaaaaaaaaaah. Beat the game! Eine Errungenschaft. Jaaaaah. Das Ding ist, es ist noch nicht vorbei. Bei weitem noch nicht vorbei. das war ein ende des spiels oh gott das wird jetzt so jetzt sind wir wieder hier schön ne ich hasse auch mal in tage es gab irgendein achievement wo du fünf meine tür drücken muss das ja richtig das ist doch gut oh gott was So ein Arsch! Jetzt will ich das so oft klicken und auf ein Achievement! 417, ok jetzt müsst ihr suchen. Finde ich aber cool, das Spiel verarscht dich eigentlich. Meistens kriegst du die Achievements einfach hinterher geschmissen. Geht ein paar Mal auf Tür 437. Wo finde ich jetzt Tür 415? Äh, hier. Äh, er macht mich gerade etwas fertig. Das ist doch wahrscheinlich das geilste in Schiebwind, ever. Let's see, how about you click on, well, I don't know, the Copy Machine. Alright, back to room 419. I'm really feeling it now. I think we're going somewhere. Oh, der erzählt hat, der verarscht mich. Bis zum Gettich mehr. Okay, now go climb on employee 419's desk. Wo ist der? Ah, hier. Yes, this is it. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. Alright, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 419. We've almost got it. Now the Copy Machine, do that one again. Sag mal, kriegt der einen Orgasmus davon? Das ist ja mal fertig. Genau, die Copy Machine. Finish it off, Stanley. Five clicks on door, door 419. Yeah! Hehehe! Oh wow! A click on door 419. 419. Ich hasse ihn! Hä? Okay. Oh Gott, ey. Tür 430. Fünfmal geklickt. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Gut, beim letzten warst du mir auch links lang gegangen. Jetzt gehen wir rechts lang. Das war nicht der korreste Weg in die Gespräche. Und Stanley wusste es perfekt gut. Vielleicht wollte er erst bei der Employee-Lounge stoppen. Nur um ihn zu erinnern. Richtig. Das habe ich alles geplant. Kann ich hier rein? Nein, nicht. Hier ist kein Schwein. Den nennen die alle. Richtig. Richtig. Ah, die Uhr geht sogar richtig. Cool. 1,25 Dollar für was zu trinken. Wie ist denn das ungerechnete Nauber? Ja. Es ist wirklich, wirklich wertvoll, hier in der Wohnung zu sein. Eine Wohnung, die so wirklich kraftvolle, dass, obwohl alle deine Co-Worker mysteriössig verliebt haben, hier sitzt du, auf diese Städte und ein paar Schilder. Es ist wirklich wertvoll. Ja. Das sehe ich auch so. Ich habe Dorst. Gib mir was. An diesem Punkt, Stannis Obsession mit diesem Raum bordet auf creepy. Ja. Ja. Oh Gott. Ich finde den Raum geil. Das ist überhaupt nicht gruselig. Hallo? Das ist ein guter Aufenthaltsraum. Ja. Ja. Okay. Ich gehe schon weiter. Oh. Oh. Hau mal da. Falsche Tür. Hey. Do not lie. If you are lying right now, stop. Okay. Hm. Do not jump from the cargo lift while it is in motion will cause death. Penalty for misuse of cargo lift 1000 Dollar. Penalty for jumping of the cargo lift 500. Ich will Zeit wert anführen, wenn ich abspringe. Dann bin ich tot. Okay. Soll ich mal probieren zu sterben? Oh Gott, das ist auch ein Ende. Oh mein Gott. Oh seht ihr? Ich hab die Geschichte im Griff. Leute, äh, wir beenden meine Party, ja, es gibt noch viele, viele Wege für Stanley zu bestreiten. Ich hoffe, ihr schaltet eurem nächsten Part wieder einen Daumen hoch, wenn ihr dieses Projekt auch so geil findet wie ich. Abonniert mich, falls ihr es nicht ohnehin schon getan habt, wir sehen es dann im nächsten Video, was auch immer das sein wird. Bis dahin, macht's gut, Leute, euer Stanley, alias Fehlübel.